Servus Leute, hier ist wieder euer Sauerkraut im Monat von GP und heute wieder mal ein Rainbow Six Siege Video mit dem Rabbid-Killer. Hallo. Und ja, schauen wir, ob wir dieses Mal nicht so zerlegt werden für die Gegner. Na, das glaube ich nicht, weil der Gegner eine schlechte Internetverbindung hat. So, drehen wir mal hier ein bisschen zurück. Das war das letzte Mal ein bisschen schneller. Wie hugelt man sich eigentlich nochmal schnell hin? Nur hugen? Ja. Ist das das C? C, ja. Auf Stand. Okay, gut. Und Stauern muss liegen. Ja, ja, ja. Okay, gut. C ist die hinten. Ist Y schon belegt? Y ist ein Gön-Punkt irgendwo hinmachen. Achso, okay. Dass man da Signalpunkt hat. Obwohl, das brauche ich eigentlich. Ja. Okay, gut. Was ist denn da alles blöd? Was hab ich denn da frei? Mein C taggt man überhaupt nicht eigentlich. C? C liegt aber eher kein Mod. Das ist... Da unter D einfach... Na ja. Ja. Fixiert der die Hock-Position schon, oder? Yep. Fix. Ja okay, dann geht's noch. Fack, wo ist das? Wo ist das Scheiße? Das Gerät ist aktiviert. Irgendwo ist die... fucking shit Drohne. 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Komm schau. Setz. Setz. Machst du... Machst du Bohrmaschinen... Machst du... Bum, bum. Das ist weggegangen. Türbarrikade angebracht. Zugangssperre einsatzbereit. Abstand halten. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Na! Verdammte Scheiße. Warum habe ich das noch gemacht? Na! Geschleicht, ey. Das gibt's ja nicht. Genau durch diese Scheißlochs sind's gekommen, wo's Feuer einig gesprengt haben. Suche Idioten. Schau mal, ob man ein paar Kameras haben. Nein. 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 Komm, da ist irgendwer vorne, oder? Oh, das war nicht gut. Nein. Na! Krotter Vorschitt! Na! Krotter Vorschitt! Krotter Vorschitt! Krotter Vorschitt! Krotter Vorschitt! Komm, look, du musst es ausreißen. Das ist ein tolles Raum drinnen. Krotter Vorschراfer 보�, oder? Krotter Vorschitt! Krotter Vorschitte! Krotter Vorschitt! Oh, Uff! Turt! Krotter Vorschitt! Klotter Vorschitter! f jetzt muss aber auch wort der ist der ist so großartig wenn er auf der position zu wo auch einfach zu einem Punkt hin, dann wascher. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuziehen. Schwör! Wir brauchen die Drohne. Nein, nicht schon wieder. Warum? Das ist ein Keller. Keller. Nein, ich habe es leider nicht gesehen. Okay. Okay, die werden jetzt übere Oman kämpfen, das heißt, Oman, Vorsicht, Gännege, kann man da eigentlich irgendwas machen? Auf der Akkord, ne? Irgendwas, oder ist es nur Lagebesprechung? Nein, da kann man nichts machen. Ach so, das ist nur abseilend. Geh, schlechte. Geh, schlechte. Wauw. Geh, schlechte. Keine Munition mehr! Ich passe auf! Drohne bereit! Halt mir dranbleiben! Ein riesiges verdammtes Loch. Kommt sofort! Wir aktivieren die Elektronik. Wir haben hier den Schalter mal eingeladen. Wir werden ausgeschaltet. Wir sind hier. Nein, unten im Körler sind sie. Du Kempel, sie sind wohl schon nicht Oberspringer. Das schaut genau auf. da bei mir bleiben ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp Aaaaah What the hell, Leute? Was sind die für ein Level? Das gleiche wie wahrscheinlich, haha Na Na sicher Da sind die Bohren nicht so ganz ohne Platin Ach so, Dion dann Diamant Platin äh, Diamant, okay Ist, ist klar, wieso, dass man das verlieren Zwar Diamantspieler, zwei Platinspieler, Akutspieler Na, das kannst du nicht machen Na Das wie man auch glaubst, ma Ma Maria Ob ich, und ich bin einfach mal Kupfer Ich finde, das, das Rank System ist Na, einfach nicht Was, was ich bin Gar nix Haha Ja Es beste Fall Ich bin das Schlechteste Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Jeder hat am Plan Wirk verkämpft man uns einfach Na, es ist auch nicht sinnvoll für die Oh shit Hab ich ja ganz vergessen Ja Ja Bei dem weiß ich nicht, was da sinnvoll ist Ja Ja Bei dem weiß ich nicht, was da sinnvoll ist Ich weiß wirklich nicht, was bei dem sinnvoll ist Und hofft, dass mit doch keiner Sicht Es wird geschossen Äh Äh Ha 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 Pw Ha Ha He Come zu Die Gegner ab meine Worte gewonnen vielleicht Die sch prisons habe aber Profess Christie Cherry Das aroma acid sie 5 das war zwar draußen zwar stand vor fenster vor einer bomben vor da was kann natürlich gefunden die gegner hat meine bombe lokalisiert ja die Bombe B ich habe auch noch wenn gut und dann das waren die zwei der umjahr gut und der Hälfte Mara Ria Leider wie das her die Prämie rentt die Folgen aber wenigstens so wer das ist gut er hat sie sind ja wurscht ob es so hat euch trotzdem gefühlt wenn ja, lasst ein Like da und abonniert zu unserem Channel bis zum nächsten Mal, Ciao Ciao